Berlin. Die Stadt hat ca. 3,5 Millionen Einwohner. Jeden Tag kommen Tausende von Touristen aus der ganzen Welt. Es gibt 778 Schulen. Nach dem zweiten Weltkrieg, dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung sind in Berlin fast alle Nationen der Erde. Und fast schon ein Jahr gibt es einen besetzten Platz und eine Schule, in der mehrere hundert Afrikaner leben. Im Oktober 2012 machten sich Flüchtlinge aus ganz Deutschland zu Fuß auf den Weg nach Berlin. Sie protestieren gegen ihre perspektivlose Situation und für das Recht, sich frei bewegen zu dürfen. Teilweise wohnen sie in Zelten auf dem Oranienplatz. Andere besetzen eine Schule in Kreuzberg. Im Sommer 2013 habe auch ich eine Woche in dieser Schule gewinnt. Zusammen mit ca. 200 Flüchtlingen. Heute, im September 2013, sind es noch viel mehr geworden. Ich möchte die Menschen dort sichtbar machen. Sokrates hat gesagt, rede, damit ich dich sehe. Es ist nicht unsere Wahl, in Oranienplatz oder in der Schule zu sein. Aber die Situation hat uns zu wissen, dass wir mehr über uns selbst kennenlernen. Was ich jetzt sehe, ist, dass es wirklich reduziert die Gefühle, die ich sehe, in den Lagers, dass die Menschen sich töten. Aber hier, bis jetzt, danke Gott, dass niemand sich selbst töten. Wir sind immer da für sie. Wenn sie versuchen, sie versuchen, sie versuchen, sie nicht schlafen, sie schlafen. Aber wir sind da, um das Gefühle zu reduzieren. Wenn ihr so wollen, dann oder? Sie können das auch hier zusammenbauen, aber in eine andere Art. Sie können so, wie das, wie das, in eine andere Art. Okay, like this. Maybe this one, like this. I say stand up with your partner. I'm secure. I'm secure. Go away, okay? I'm secure. When I say jailbreak, because you are in the prison, okay? Jailbreak, then you have to run and choose the place you want to. And now I will take one, because there will be somebody for the parents who have no, who have no what? The chair. And you have to find to sit in the chair, all together. Now we have one, two, three, four, five, six, seven. In the Arabic, we have to find a place for our children, and we have to go. So we have to go. We have to go for it. Don't you have to go for it. But the people who have to say, I mean, what do you say? I say that. Zig, zag, zig, zag, you go. Zig, zag, zig, zag, zig, zag. Zig, zag, zig, zag. Zig, zag, zig, 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 zag, zig, zag. Zig, zag, zig, 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 zig. Jailbreak! Sie sind weg! Sie sind weg! Für mich, die Flüchtlinge, sie haben überhaupt nichts. Was ist das Recht? Was ist das Recht? Was ist das Grund? Was ist das Grund? Es ist nicht zu schlafen und zu essen. Es ist nicht zu schlafen und zu essen, was ich möchte, und zu geben, oder zu geben, oder zu geben, wenn ich selbst zu gehen. Ich brauche nicht dein Geld. Ich brauche nicht dein Haus. Ich habe noch zehn Fingern, oder zehn Fingern, zwei Hände. Ich kann arbeiten, geben mir Zeit, geben mir die Zeit, geben mir die Zeit, geben mir die Zeit zu denken, gehen zur Schule. um das Recht zu machen. mmmm! Le horsepower, der Es選ung, der Gelegenheit zu leben, der Worte zu gehen, der Menschen der Bewegung, der Gedanken zu denken. Denn es hat meinen Gedanken Aiheu, aber ich kann nicht denken. Was denken Sie? Ich denke und wenn ich mich denke und ich seh perché es nicht in der Nähe. Es accumuliert in meinem Kopf und wird mir berührt. Wenn es berührt wird, dann wird man verrückt, weil man diese Ideen nicht benutzt. Dann wird es gegen deine Kopf, und dann wird man verrückt. Die Zeit, wenn ich denke, möchte ich in die Praxis. Ich habe keinen Platz für meine Gedanken, meine Praxis, wo ich meine Recht habe. Deswegen bin ich außerhalb, zu sagen, gib mir meine Recht. Es ist nicht, dass du mir sagst, dass ich dir meine Recht habe. Wer ist denn, dass ich meine Recht habe? Es ist meine Recht, ich bin mitgebracht. Wenn ich aus meiner Mutter kam, war ich schweig. Ich schweig und schweig. Das ist mein Recht. 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 Das bedeutet, ich schweig. Das ist mein Recht. Ich schweig. Ich schweig. Ich schweig. Ich schweig. Ich schweig. Das ist mein Recht. Das ist mein Recht. Das ist mein Recht. Das ist mein Recht. In Europa in general. Nicht nur in Deutschland. Und ich sage Ihnen, die UN-Förferung gegen Deutschland. Bei der Wurkaufgabe. Wir haben die Entwicklung. Wir haben die Humanitarianen Hilfe. Wir haben die Human Rights. während der WOMAN war. Wir haben die umso Zeit. Das war das alles. Da war das Land. Das war meine Zeit. Machen. Das war die Umgebung erstell. Der ganze Zeit. Der ganze Jahr. Der komme aus der Deutschland-Präume. Ich würde hier kommen und sofort gehen, um die Universität zu lernen und um mich zu entwickeln. Und um meinen Job zu entwickeln. Ich wollte ihnen nicht einen Job geben. Ich kann meinen Job zu entwickeln. Wo ich war, habe ich meinen Job zu entwickeln. Weil, ja, ich habe meinen Job zu entwickeln. Ich habe die Leute zu entwickeln. Das war mein Job. Ich wollte ihnen nicht sagen, dass sie hier kommen, um die Job zu nehmen, um unsere Kinder zu nehmen. Sie kommen hier, um Geld zu nehmen, um uns zu nehmen. Weil sie Angst haben. Die foreigners kommen, um die Job zu nehmen. Sie sind Angst. In meinem Land habe ich auch die gleichen Flüchtlinge. Ich bin jetzt hier in der Prision. Ich habe meine Arbeit, um mich zu nehmen. Ich habe meine Arbeit hier in der Prision. und auch meine Trainings. Und ich mache auch meine Organisation, die Soudanist Activist, für die Non-Violent- und Human-Right-Organisationen. Und ich arbeite mit solchen Flüchtlingen in der Diaspora, damit sie zurückkommen, und sie fokussieren auf ihre Dinge nach Hause. Denn wenn du jemanden in deinem Zuhause bist, dann verlierst du deine Hoffnung. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich ein Flüchtlinge sein werde. Aber jetzt passiert, dass ich ein Flüchtlinge bin. Imagine. Jetzt bin ich im Flüchtlinge. Aber für mich, manchmal ist es gut, zu spüren, zu fühlen, wie die Leute fühlen. Jetzt wissen Sie, dass es besser ist. Jetzt weiß ich wirklich. Und ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, zu bleiben hier. Ich habe, weil ich es fühle. Auch wenn ich es in einer anderen Weise habe. Und das ist die reale Zeit für mich, zu fokussieren auf die Flüchtlinge in der Diaspora, oder in all over der Welt. Wie sind die Probleme? Und wie können Sie wiederkommen und sagen, dass ich immer noch eine Hoffnung habe. Keine Hoffnung. Bis zum letzten Punkt in Ihren Leben. Viele Antifa-Gruppen wollen Sie mit Ihnen joinen, und Sie nicht wissen, wie oder verloren haben Sie die Verbindung. Sie wissen, dass Sie die Verbindung haben. Sie wissen, dass Sie die Verbindung haben. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass vor diesem Zeitpunkt viele Menschen hier die Situation für sie verändert hat. Zum Beispiel, sie bekommen einen Job Permission. Dann haben sie die Bewegung verlassen. Sie wissen, was ich meine? Ja, ja. Hier, wir sprechen, dass die Probleme ist, dass sie keine Arbeit haben, keine Arbeit haben, keine Arbeit, nichts anderes. Und wegen dieser Zeit, wir kamen zu einem politischen Bewegung um etwas gegen diese Dinge zu tun. Eine Sache ist, wie wir zusammen leben wollen. Wir müssen zusammenarbeiten, arbeiten zusammenarbeiten, haben ein guter Platz für die Kinder. Aber wenn wir zu viel engagieren, ich denke, wir werden komplett vergessen, über die politischen Bewegung. Und viele Leute hier denken, dass wir hier etwas für die Kinder machen. sie sagen, ja, das ist ein wer影片, aber wir packen nicht. Also, ich glaube nicht. Ich meine, ich meine immer zufrieden, das ist es eine Liebe, damit ihr euch nicht selbst braucht. Ich denke, dass ihr euch das Buch macht, zu essen wird und auch immer die Rüste. Ich halte die Geschichte vor. Es ist ein Leben, weil ihr euch das zu sehen. So, ich meine, wenn, zum Beispiel für mich, wenn sie mir ein Papier oder ein Job oder ein Geld haben, dann bin ich hier nicht. Ich bin hier. Denn ich bin hier nicht für mich. Vorher wusste ich, dass ich ein Problem habe. Und ich accepte, dass hier leben ist schwierig. Und ich weiß, dass wir besser leben müssen. Das ist besser. Das ist besser. Natürlich, das ist besser. 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 Wenn wir einfach hier nicht vor allem machen, dann machen wir das. Ich meine, dass es besser ist. Wenn wir einfach sagen, dass wir nicht hier sind, nur für uns selbst. Ich muss hier nicht mehr machen. Wenn wir einfach so machen, dass meine Probleme ist, das ist die Arbeit und die Ausbildung. Ich weiß, dass wenn man nicht die Chance hat, um die Universität zu gehen, vielleicht denkt man, ja, ich muss gehen. Aber in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht findet man nicht was man will. Man geht da und bleibt da, aber man trifft immer discrimination, racistenz, sexismus, aber man denkt man, ja, ich gehe zur Universität. Wir wollen wirklich etwas ändern. Ich weiß nicht, dass wir in unserer persönliche Situation haben, wenn wir ein Job haben, wenn wir ein Paper haben, oder wenn wir nicht, ich denke, die einzige Lösung ist, dass wir zusammenarbeiten. Und wir glauben, dass wir die Chance haben, dass wir zur Universität haben, dass wir ein Job haben, Geld haben, alles, keine Unterschiede sind. Wenn wir jetzt zusammen sind, dann können wir zusammen fighten. Aber ich denke, dass wir, natürlich, wir verlieren. die Chance haben, wir wollen das. Wir wollen diese Chance haben, wir wollen die Chance haben, aber es ist noch schwierig. Vielleicht können Sie uns eine Art Weg geben, wie wir können die Chance haben? Wenn ich gekommen bin, ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht. Und bis jetzt, ich versuche, nach der Schule zu gehen. Aber wegen der Pressure, wir müssen hierher, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das. Wir sagen, was, wenn die Chance wird. Das ist das, was ich nicht, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, nicht nur zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, Ich war in der Universität, in meiner Lande, zu gehen, zu gehen. Und ich studiere, Art und Entwicklung, und ich habe das nicht gewonnen. Das ist wie ein Economisch-Developpensal. ja, Economisch-Developpensal. So, ich habe das nicht gewonnen, also ich habe das nicht gewonnen. Also, ich habe das nicht gewonnen. Und für mich, die Sprache ist nicht, die Sprache ist nicht, die Sprache ist. Es ist mir, die, 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 zu gehen, mit Menschen. So, das ist ja, ich habe, alles klar. Und ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, alles gut, ich habe, alles gut, ich habe, alles gut. Also, ich habe, ich habe, diese Dinge, weil, auch in Oranio-Praktien, zu kommunizieren, immer in Englisch, oder andere, arabisch, oder französisch, oder, französisch, oder, so, das ist, ich habe, aber, ich kann sagen, alles klar, und sagen, ja, dann, ja. hier, ich habe, ich habe hier, das, seit Oktober, bis jetzt, ich habe, zu Hause, ich habe, und ich sage, ich habe, das beste, ich habe immer, das beste, das beste, das beste, das beste, das beste, wenn nicht, das beste, wird, das beste. Das ist, das ist, ich habe, auch, was ich gemacht habe, mit meinen Leuten, um diese Menschen, die Menschen, in die Training. Das ist, das ist, ich habe, drei Tage, über die Kommunikation, die Formation, erst, um sich selbst, und dann Kommunikation, und dann, die Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft, oder die Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die Gemeinschaft. Und also, wie wir uns zusammenarbeiten, wenn man einen anderen anderen hat, wie wir uns zusammenarbeiten, um einen Ziel zu erreichen. Ich weiß nicht, ob es einen Tearing-Animal ist. Das bedeutet, dass man einen Tearing-Animal ist. Welche Animal? Nicht Elefana. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und dann ein Grupp-Exercise. Das ist ein Roll-Player, auch von Napoli und Fight. Dann haben wir eine Open-Question. Das ist die Open-Question. Wir kommen und alle kommen. Und hier, am Ende, Napoli wird dir die Evaluation und die Graduation. Das bedeutet, dass einige Leute kommen mit der Graduation, und einige ein paar Teare. So, ihr seid fünf? Ja. Ihr seid fünf? Nein. 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 Ich weiß nicht, wie viele Leute hier in einer Gruppe ist, auch in einer Gruppe ist. Nun kommt die Menschen. Jeder hat die Idee von einem Tier, aber der Papier geht rund um den Zirkel. Und jeder macht nur eine Sache, nur eine Sache. Und dann eine andere Sache in den Zirkel. Okay, I think don't talk now. Don't talk, don't talk. Now, don't talk. Right now, I'm not only for Sudan, you know, I'm for the human being. Wherever the violin is, I'm not only for Sudan, you know. Wherever the violin is, I'm not only for Sudan, you know. Wherever I need me to be there. I want to across the world. I want to go all over the world. Where the problem is, I'll be there to help if I can, you know. Not only Sudan. If Sudan is happy, do you think all the world is happy? It's not happy. So, you know, at least I can do something. Even if I die, I say, you know what, I'm happy because I did this. I don't want, you know, something in return. Never. And I don't believe in money. Because the time I came here, I came with no, I didn't pay. My knowledge is money, you know. My friends have money. I came through France. I came through, crossing the wall by then Africa, Asia and Europe. It was because of my knowledge. So, my dad was singing, the pencil is my, not my dad, but first was my aunt. Was the pencil is my goal. I want to write with a pencil. The pencil is the O. The pencil is the key to all the job. The key to all the job. You will lose your family. But the pencil, or the question, it's your diamond. So, I believe in this. And in the end, there should be one end though, in every group. In the end, there should be one end though, in every group. So, you don't have to take away from the other people. You should have to take away from the other people. No, 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 no. You're a kid. No, 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 no. I'm a kid. You're a kid. My kid, you're a kid. I've been a kid. You're a kid. You're a kid. I'm a kid. I'm a kid. So, one minute to finish? No pressure. I just asked, did every group really in the end reached one animal? Okay, so then, every group could show what's the result. So, what is that? Can you describe? The other people can describe. Elephant? 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 Okay, some people say elephant. Uh-huh. Is that elephant? We agree? Uh-huh. 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 Okay, can you tell us how was the process? Was it difficult or how you come and what the animal you are putting in your mind? He said, I was putting something else and now it comes something else with the group. So, I'm very happy that at least we make an animal. Okay. So, in the end, I think we would have had nothing. So, you have feeling of the other people? Yes, you have to listen to the paper, you have to look at them. Uh-huh. It's going like this? Uh-huh. So, uh-huh. Uh-huh. Okay. Uh-huh. So, we agree that chameleon. Uh-huh. To say I was thinking of chameleon. To say I was thinking of chameleon. Uh-huh. 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 And then, after that, it's now come to the chameleon. Uh-huh. Uh-huh. At the beginning, I had the idea of a giraffe. Giraffe? Uh-huh. Uh-huh. But very soon, I realized that they do not give a giraffe. But very soon, I realized that they do not give a giraffe. But in the beginning, they don't give a giraffe. And... Maybe, sorry, just before the question, do you all agree? Yes. I agree. Yeah, that is a fish. Yes. Okay. And only at the moment where Patrick put the eye in, I had the idea of a fish. Yeah, I think it's like everyday life, you want to do something. It depends on what you have in your mind or what you want to do. Then you bring this idea or feeling to your friend or just start to do something. But, of course, you are not alone. And after that, maybe, when you want to make your fish, you will reach some monkey. Right. I mean? Yes. In the same way with you. Yes. It really shows how in our everyday life, all of us have to find compromises to come together. And, yes, I think all of us have to find compromises everyday to, yeah, just to live with other people. Normally, we would think it could be very easy to find a solution and animals and animals, but everybody has different animals and everybody is trying to do his own animal. But, to me, it's very interesting that in the middle of this process is one point that I could say, okay, it's not my animal, but in the end it is an animal. And that's okay. That's enough. It mustn't be my personal animal, yes? Because when I insist on my personal animal, then I'm destroying everything. But we have to put a chance to do one animal. Exactly. We are cheated even by the, you know, religious. Do this and do this and then you're like, wow, great. What is there so that they can use you to take what they want? This is what they, you know, even if how many people who killed through, you know, they can say, okay, the bomb just came or, you know, he fell down from the car, you know? The car was making an accident. Do you think it's making an accident? It's not making an accident. And I want to ask you, you know John Greng, Dimabior, was killed. The leader of the Sudan, you know, who was, he went to SPLA so that to bring the peace. You know how he's dead? You find out John Greng, Dimabior, how he died. And for us, he was not, you know, falling to the, you know, from the helicopter or something, used to be killed. So this all, for me, this is all nonsense that they are like human rights and all this. And they don't apply human rights. They don't really apply only for themselves, not for other things. They put Africa in the side. They put Middle East in the side. They put, you know, other nations in the side so that they can, you know? And even they cooperate them, you know, by themselves. And let me tell you the truth, if not the European countries or the Western world in general. You can see the, you know, the stars, the light in Africa, in Middle East, in Asia. But because of them, they are pushing people. And they say, you don't have right to do this, even to our government, you know? And they killed Gaddafi because Gaddafi really was flashing. Who are you to control us like that? He was looking for uniting Africa in general instead of separating, you know? How many people killed by the European, you know, Western countries? I don't want to tell you. They killed the people who are flashing. Do you think they cannot able to get Umar Beshir and take to International Criminal Court? They can take because they have benefit from it, you know? Umar Beshir say, why we don't want foreigners or the Americans to go to Darfur or something like that. While was, you know, he's also squeezed that you do this. If you don't do this, now you have criminal court. And then he has to do whatever they want and just shouting. But we know that they are also pressing our government. They are sucking our resources. How? Through even our government. By coming and planning their plant, we can destroy also our place. And used by, because our government is still poor, looking for help. Then they say, okay, now I send you the gun so that you can be strong in our military. And they know very well, in America they say, we have to make sure where this weapon go. To the right hand. Who are the right hand? Because there are people who can, you know, use this and turn against us. This is by Obama saying this. We have to make sure we give this to the right hand. Which means we can fight the other people. You know? We have the movement. We have the, you know, those who are, you know, you know all this. And they also say, you know what, we are going to kill those who are killing our people. Somebody came and killed somebody in America or here? No. They are sending people all over our countries to even squeeze our government and our people. So when they die there, then they say, why our person is dying? So, you know, one person killed because of his, you know, problem, now most of us are punished because of that particular people who are sent by them, who are making trouble to our countries also. What is this? They are putting themselves like this, taking and put here so that nobody can, you know, take from them. So they are very selfish, let me tell you. They are very selfish and they don't care about who are they, what they want. They just take what they want in our countries and that's it. You know? So which means government is in pressure and the government sometimes used by them and also can affect the, you know, the grassroot people. Now we are affected by them, you know, by the government indirectly because of them, you know. So that's why when Gaddafi tell that we want to unite, whether you want or not. Now they say veto, you know, all this kind of council or whatever. They choose who is the country, who is the country. But why is it kill Gaddafi? Libyan people kill Gaddafi? No, that's why I want to tell you in another way around. They don't kill a person personally, like they are going and killed there. They are very intelligent by using other, you know, you can even kill your mom. You don't know how you kill your mom. And then you realize that later, oh, okay, I was, you know. Because of this, when they come and say, you know what, Gaddafi is bad for you. Gaddafi is doing this for you. Gaddafi is not giving you the education. Gaddafi is long time in the chair. Why? Which means you have, you know. With all these good, nice things, so that you put as an innocent person, you put and then you kill your person. What is the time? What is the time? 20 minutes to return. 20 minutes to return. Okay. Cool. So I think we flash, you know, on this. I think it's good that, but... That's not the end of, you know, the solution or suggestions or something. We go back and then we can even think. This is flashing you how to think. How people can be. And then we can come next time and also we gather together, then we give the, you know. May we serve you. By the way, some people come here and we will see the way, our government is not getting When we stand there, we get other People that make trust towards each other. Do you think racism is not there? Officially not, but... You know what? For me, the physical violence is smaller than the psychological problem. It's very big inside, you don't know. The time I say, race is racist to you, we can find the solution to solve. But if I don't give you that, you know, I have here, you don't know whether I'm laughing with you, you know, I like you or not. That's the most important use by the Western European or, you know, America. They put this inside, then they use. So, it's there. Okay, but American president, it means that racism is not there anymore in the world? Look here. At least in the United States. Look here. If you are born in Africa, you will feel, you know, or practice or come, you know, like that. You don't have the European thinking. And now, if my sister born here and I born there, we are different. You know that? We are different. Because I am, you know, I born in a certain place and I, you know, I grow up with a different culture. My sister here, you know, sometimes we cannot come together like this because I don't know how to deal with you. Because you are different. Then we have to come up and all this. That's not the issue. The issue of Obama, it was choose to just tell the nation or the world that we are here. We can consider the black, you know, but they don't. They just put this as, you know, a picture of, okay, Obama is there and all this. We know all this one because all over the world then we are against, you know, against them. That, how come you say this and that and that and still you, you know, you, you know, it was forced to be, you know, to have Obama. But the race is still there. We are getting into a district in the Grand Prix. We are out of the group. We are out of the group. We are out of the group. He wants to keep this. We are out of the group. It really is. We are out of here. And this is the same idea. We are out of here. The next question is where you are around the world. Und jetzt gehen wir in Italien, die Italiener Menschen geben, und sie haben nicht die Möglichkeit, um zu arbeiten. In Italien, jetzt, man kann nicht die Möglichkeit, um zu arbeiten. Wir brauchen die Leute, um zu arbeiten. Und jetzt gehen sie aus verschiedenen Ländern. Jetzt haben wir mehr als 200 Leute, die hier sagen, wir haben keine Arbeit. Wie können wir zusammenarbeiten und sehen die gemeinsamen Gäste, dass wir zusammenarbeiten, wie ein Netzwerk zusammenarbeiten. In Frankreich haben sie ein Problem. Jetzt werden sie die Busse-Tour organisieren. Wir brauchen die Erfahrung, damit wir arbeiten und helfen uns in Solidarität. In Grieße, ja, sie geben ihnen keine Lust auf die Leute. Aber wenn sie in die Inhalte kommen, sie sind immer in der Präsenz. Sie sind in der Präsenz. Sie sind in der Präsenz. Aufstehen, wenn wir jetzt hier sagen, sie sind hier nemmen, und sie sind um die Muntänen, sie sind da. Sie sind in der Ruhe von draußen. Wie leben Sie aus? Wenn Sie nicht das Ziel haben, lassen Sie die Menschen da sein und arbeiten für sich. In Europa sind sie zartever, Sie sind unz vain. Sie nutzen all diese Dinge. So that's why I'm going there to exchange the ideas and to figure out the common things that we can work together, like for example Dublin II. But you don't afraid that you can have deportation of terrorists because you have any papers? Even if I'm deported, you know, like I told you, even if I'm deported, if I do something, for me I don't care, you know, even in my country I chased out. If I'm having that fear, I will say, you know what, I don't want to be chased from my country, I already chased from my country, I can also be deported. At that time here they say resident flee, now here they say I'm legal, but for me I'm not illegal because nobody is legal. They are legal by taking my right, you know. And now I'm going to, you know, Europe, I don't have the papers, but on the 27th I'll be in Vienna and then I go to Italy, I go to France, I go to Greece. Then I come back. I don't have the papers because I don't even believe in papers. I go to Czech and to see the, you know, the problems. In Vienna they have a problem also as refugees. Then they organize themselves for the, you know, to do something and even they occupy the church. But there was a chance also to be not in the church. That's why I say there are believers who say we are believing, even the church. Church is made for the people, you know. The church are the people. When the people went there, the refugees went in the church. The pastor now or the cardinal say I don't want you to be here. Who is this church made for? If not for these people need help right now and right here and now you are chasing. I'm also from Christian, the Catholic Church and it's a pity to see that, you know, for what the church. Musik 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 Then, if I have permission, I will go across the world. I will be the greatest person in the world. Ich bin sehr glücklich, zu sehen, dass ich das in Amerika kann. Ich kann das auch in Amerika. Weil sie auch immer noch brauchen meine Workshops. Keine Ahnung ist intelligent in diesem Weltkrieg. Man muss immer lernen, jeden Tag. Norddeutscher Rundle